Die Inflation in den USA wieder einmal zu heiß, den vierten Monat in Folge. Und das sind schlechte Nachrichten. Erstens für die Aktienmärkte, zweitens für die US-Notenbank FED und drittens für die Biden-Regierung. Denn für die FED ist das natürlich jetzt ein Riesenproblem. Die FED-Fun-Futures gehen davon aus, dass die Zinsen nicht vor September sogar sinken. Der Juni ist jetzt mit diesen Zahlen praktisch vom Tisch. Das ist wiederum eine schlechte Nachricht für die Biden-Regierung, die sich ja erhofft und gewünscht hatte, dass die Zinsen sinken. Und die Aktienmärkte müssen ihre Erwartungen auf den St. Nimmerleins-Tag verschieben. Das Geld wieder billiger wird. Schon im Jahr 2022 haben die Aktienmärkte zwischen Rallys gemacht oder Rallys veranstaltet in der Erwartung, dass die Zinsen sinken. Und das Ganze rückt jetzt immer weiter nach hinten. Und eins muss man auch klar sagen, FED-Chef Paul hat persönlich eine ganze Menge Verantwortung daran, dass die Inflationszahlen höher sind, als sie sein müssten. Denn er hat in dieser spektakulären, unheilvollen Pressekonferenz völlig unnötigerweise Zinssenkungen in den Raum gestellt. In der Hoffnung, die Inflation wird schon selber irgendwie fallen. Und damit hat er die Animal Spirits der Märkte geweckt, damit die Finanzkonditionen gelockert. Gelockerte Finanzkonditionen schaffen Nachfrage, Nachfrage schaffen Preisdruck. Und so sehen wir jetzt das, was derzeit passiert, nämlich dass die Inflation höher ist als erwartet. Und wir wollen uns das ganze Desaster in Anführungszeichen mal anschauen, startend eben mit der Zahl, die war in jeder, oder mit den Zahlen hier zur Inflation, Vormonat, Vorjahresmonat, in der Headline-Zahl, wie auch in der Kern-Inflationszahl Core CPI, jeweils 0,1% höher als erwartet. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass man sagt, boah, das ist ja ein wahnsinniger Schub. Aber gucken Sie sich mal die Erwartungen, vor allem der Märkte an, respektive der Banken im Vorfeld. Keiner hat erwartet eine Inflation von 0,4%. Höchstens die Citigroup, 0,38%. Aber absolut am oberen Ende der Erwartungen. Keiner hat erwartet 3,5% zum Vorjahresmonat. Keiner hat erwartet, dass die Core CPI, also die Kern-Inflation zum Vormonat, 0,4% steigen würde. Und keiner hat erwartet, dass wir in der Kern-Inflation einen Wert von 3,8% erreichen zum Vorjahresmonat, mit Ausnahme der Citigroup. Also vielleicht noch die Citigroup, die da am besten gelegen war. Alle anderen hatten das komplett anders gesehen. Und vor allem auch Tom Lee von Fundstrad, der gesagt hat, also die Märkte werden nach den Zahlen Party machen, denn die Inflation dürfte niedriger reinkommen, als erwartet. Es ist gewissermaßen ein Key-Test, wie hier diese Headline lautet, ob die heiße Inflation die Rate-Cut-Hopes killen wird, also die Zinsdenkungshoffnungen killen wird. Und wichtig eben auch die Reaktion der 10-jährigen Anleihe. Zu der kommen wir gleich. Aber schauen wir uns zunächst mal diese Komponenten an bei der US-Inflation. Da sehen wir vor allem der Bereich Energie und der Bereich Shelter, also Unterkunft im weitesten Sinne, hat hier getrieben, während vor allem Gebrauchtwagen und Neuwagen von der Inflation etwas abgezogen haben. Aber wir sehen zum Beispiel Transportation Services plus 1,5% zum Vormonat. Wir sehen Benzin, Gasoline plus 1,7% zum Vormonat. Energy Commodities plus 1,5% zum Vormonat. Also das waren die großen Treiber. Elektrizität plus 0,9% zum Vormonat. Also es gibt ein paar Komponenten, die desinflationär gewirkt haben, wie zum Beispiel Gebrauchtwagenpreise. Man denke da an Tesla-Gebrauchtwagenpreise, die ja, da musst du ja schon sehr lange in den Abgrund schauen, um die überhaupt noch ermitteln zu können, möchte man sagen. Aber jedenfalls, das ist das Picture. Und vor allem, und das ist das, was die Fed besonders interessieren wird, Supercore comes in red hot. Supercore, das ist die Inflation in den USA aus dem Dienstleistungssektor, der ja sehr viel größer ist als der Gütersektor, ohne die Komponente Housing, also ohne den ganzen Bereich Miete, Unterkunft und was auch immer. Und hier sehen wir, es ging deutlich, deutlich nach oben. Ein klarer Trend, der sich hier wieder zeigt. Und das Ganze in jeder Unterkomponente. Es gab keine einzige Subkomponente hier bei der Supercore-Inflation, die in irgendeiner Form gefallen wäre. Und wenn wir uns mal den drei Monats analysierten Durchschnitt anschauen, dann ist der jetzt wieder bei 8,7%. Wir sehen also, dass wir wieder in Dimensionen unterwegs sind, in denen wir zuletzt im Sommer 2023 unterwegs waren. Also da ist von einer Abkühlung der Inflation wenig zu spüren. Und das Ganze nicht ohne Ansage. Erstens wegen den gestiegenen Benzinpreisen und der Ölpreisen in den USA. Zweitens, weil vor allem der Bereich Manufacturing sich erholt. Hier hatte ich heute Morgen Global Manufacturing. Und wir sehen, das ist oft ein Vorlauf für die US-Inflation, auch die Non-Farm-Payrolls, die neuen Stellen in den USA. Also manches hat schon darauf hingedeutet, dass wir eher auf der heißeren Seite reinkommen könnten bei der Inflation. Das gilt vor allem auch für die morgigen Erzeugerpreise. Denn Firmen sind ja viel stärker betroffen vom Anstieg der Energiekosten, weil sie in der Regel Transportdinge ausführen etc. mit Rohstoffen zu tun haben. Das hat ja normalerweise der private Konsument nicht. Also das wird dann morgen auch noch ein Hingucker, auch 14.30 Uhr. Hier sehen wir der vierte Monat in Folge, dass CPI eben jetzt heißer war als erwartet. Bumps in the road, das war die Formulierung von Fedchef Paul, als er gesagt hatte, Januar, Februar, naja, wissen Sie, vielleicht war das auch irgendwie so ein Ausrutscher, kein neuer Trend. Aber jetzt haben wir das dritte Mal irgendwie einen Ausrutscher, genauer gesagt das vierte Mal. Wir können also nicht mehr von irgendwelchen Löchern in der Straße sprechen, sondern das ist schon ein klarer Trend. Und das ist sozusagen das neue Transitory. Das neue Dinflation ist vorübergehend. Auch diesen Fehler hat ja schon Paul lange gemacht. Also das ist jetzt im Nachgang natürlich nicht die beste Performance. Hier hat ja Paul gesagt, ja, und viele andere, Goldman Sachs zum Beispiel, ja, saisonale Faktoren im Januar, dann im Februar auch saisonale Faktoren. Diese Ausrede wird jetzt schwer. Vielleicht kommt Goldman Sachs, sagt, ja, der Januar-Effekt hat sich jetzt bis in den März hineingezogen. Das wäre alles möglich. Wir haben also nicht heute den ersten Miss gesehen, die erste Verfehlung bei der Inflation, sondern genau im Gegenteil. Und hier sehen wir die Rate-Cut-Ords für Juni. Die stürzen regelrecht ab. Wir haben jetzt vier Zinssenkungen bereits komplett ausgepreist. Allein in diesem Jahr, seit Januar, respektive die Märkte mussten das auspreisen. In einem solchen Szenario kann schlichtweg die FED die Zinsen nicht senken. Das dürfte jetzt allgemein klar geworden sein. Und hier sehen wir mal, wie jetzt die FED-Fund-Futures die ganze Sache sehen. Also der erste Fünfte sowieso keine Zinssenkung erwartet. Das war auch vor den heutigen Daten nicht der Fall. Aber 12.06. dann die übernächste Sitzung. Jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 76,8 Prozent, dass die Zinsen unverändert bleiben. Dann die Sitzung 31. Juli. Wahrscheinlichkeit von 54,6 Prozent, dass die Zinsen unverändert bleiben. Und erst ab 18.09. eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen dann um 25 Basispunkte gesenkt werden dürften. Jetzt ist aber der 18.09. um und bei 6, 6,5 Wochen vor den US-Wahlen. Wenn die FED beginnt im September das erste Mal die Zinsen zu senken, dann wird sie sich sehr aktiv mit dem Vorwurf aussetzen, dass sie sich in den Wahlkampf einmischt zugunsten der beiden Regierungen. Das zumindest wird Trump sehr deutlich formulieren, wie ich ihn kenne. Und ich kenne ihn ja schon ziemlich lange, Donald und ich. Nein, wir sind so, wenn wir mal miteinander zu tun haben. Und jetzt kommt die Commerzbank und sagt, ja, Inflation nach wie vor zu hoch. Zinssenkung im Juni fällt wohl aus. Vor allem die Preise bei Dienstleistungen, bei denen sich die höheren Lohnkosten bemerkbar machen, sprechen dafür, dass, wenn überhaupt erst im zweiten Halbjahr die Zinsen senken, wer denn zumal eben der unterliegende Inflationsdruck wieder deutlich zugenommen hat. Also langsam wird es klar. Und die Märkte haben das dann zur Kenntnis genommen. Auch die Aktienmärkte zumindest in einer ersten Reaktion. Bei den Märkten war es mir ja nie, was dann passiert. Aber in der ersten Reaktion, da hat der S&P fast 100 Punkte verloren innerhalb von 10 Minuten. Und damit haben wir jetzt auch in Sachen Inflation den ersten zwei Monate in Folgeanstieg bei der Inflation seit September 2023. Und jetzt eben auch die Frage, vielleicht sehen wir gar keine Zinssenkungen im Jahr 2024. Und diese Marktreaktion, die kommt schon um und bei hin, wenn wir uns mal das anschauen, was Gopeng 6 erwartet hatte. Wir sind ja bei 0,4 Prozent, da könnte schon was passieren an den Märkten. Aber auch das Gegenteil, die Aktienmärkte tun manchmal seltsame Dinge, weil Mechanik im Spiel ist, Positionierungen im Spiel sind. Wir sehen auf jeden Fall, dass die zweijährige Anleiherendite um 16 Basispunkte auf jetzt 4,9 Prozent gestiegen ist, höchster Stand seit November. Und die zweijährige Anleiherendite, die reflektiert ja deutlich stärker das, was die Fed mit ihrer Zinspolitik macht, als die länger laufenden Anleihen, etwa die 10-Jährige. Aber auch die ist saftige Stirn um 14 Basispunkte auf um und bei 4,51 Prozent. Auch das höchster Stand seit November 2023. Und von diesem Fed-Pivot, den ja Paul selber angekündigt hat, ist jetzt erst mal nichts zu sehen. Warum hat er das gemacht im Dezember? Das ist die große Frage. Er hat sich damit selbst ein Problem geschaffen, nämlich das Inflationsgespenst wieder aus der Flasche zu lassen, das fast schon drin zu sein schien. Aber dann hat er die Gier der Märkte geweckt mit der Folge, die wir jetzt kennen. Und einer hat sich heute auch geäußert und gesagt, ja, ja, also jetzt müssen die Firmen mal die Preise senken. Die hätten ja Rekorde, Profite. Ja, natürlich haben die Firmen teilweise gerade auf dem Hochpunkt der Inflation Preise angehoben, obwohl sie es vielleicht gar nicht gemusst hätten aufgrund ihrer Kostenstruktur. Aber jetzt sehen wir, dass also Biden schon die Firmen auffordert, was ja per se schon mal schwachsinnig ist, nur weil Biden sagt, weil der Präsident sagt, bitte hebt die Preise nicht an, sondern senkt die Preise, macht das ja kein Unternehmen, so fängt es mal an. Aber es sind jetzt also die gierigen Firmen offenkundig, die das verursachen. Und Craig Shapiro bringt das Ganze auf den Punkt, das Narrativ der Biden-Administration oder das, was die Biden-Administration jetzt erkennt vielleicht, ist, dass die Fed ihr nicht zur Seite stehen kann mit Zinssenkungen angesichts dieser Entwicklung. Also versucht man jetzt an die Firmen zu appellieren, an die Unternehmen zu appellieren und weist denen die Schuld zu, die OPEC-Schuld wegen höher, hoher Benzinpreise, weil die praktisch die Produktion gekürzt haben und so weiter und so fort. Aber eins ist natürlich klar, ohne diese massive Verschuldungspolitik, wo Geld praktisch gerade um sich geschmissen wird auf Pump, was natürlich die Nachfrage stimuliert, dadurch dann auch die Inflation wieder stimuliert, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, aber niemand übernimmt die Verantwortung, weder bei den Demokraten noch bei den Republikanern. Gibt es irgendjemand, der sagt, wir müssen mal die Einnahmeseite verbessern und vielleicht die Steuern anheben, damit gewinnst du natürlich keine Wahlen, klar, also macht es keiner. Also ist nur die Frage, wer wird die Verschuldung noch weiter nach oben treiben, Biden oder Trump. Trump ist ja auch kein Musterknabe, kein Waisenknabe in dieser Hinsicht. Und das ist eben das Dilemma, dass man eigentlich an die Ursache des Problems überhaupt nicht ran will, nämlich weniger Geld ausgeben, mehr Geld einnehmen, sondern man will weiter Geld ausgeben und möglichst weniger Geld einnehmen. Trump schlägt ja auch eine Senkung der Unternehmenssteuer vor. Und dieser gute Mann, der uns kürzlich noch gesagt hat, wir sind nicht weit von einer Zinssenkung, ist jetzt offenkundig ein bisschen weiter davon entfernt. Und möglicherweise wird er jetzt vor dem Problem stehen, Inflation oder Rezession. Und der wird sich wahrscheinlich für beides entscheiden. Nicht absichtlich natürlich, sondern weil ein Unfall passiert. Und wenn wir nochmal zurückkommen zur Biden-Regierung. Seit Biden im Amt ist, hatten wir noch keinen einzigen Monat, in dem die Inflation rückläufig war. Wir hatten einen Monat im Juli 2022, als die Inflation unverändert war, also 0,0 Prozent. Jetzt sind die Preise insgesamt um 19 Prozent gestiegen. Seit Biden am Start ist noch nie, waren die Preise höher als derzeit. Und das bringt die Konsumenten unter Druck. Vielleicht so unter Druck, dass sie irgendwann weniger konsumieren, was dann zu einer Rezession führt. Und wahrscheinlich kann nur eine Rezession wirklich diese Geschichte nochmal retten. Kommen wir to the markets. Wir hatten vorhin schon die Reaktion gesehen. S&P 500 sehen wir hier. Der ist ziemlich genau auf das Tief gefallen, wo wir letzten Donnerstag waren. Als es diesen seltsamen, heftigen Abverkauf gegeben hat. Dann haben wir hier oben im RSI eine positive Divergenz. Und siehe da, es kam eine Erholung. Die Frage ist, wie weit geht diese Erholung? Denn wir sehen Renditen sehr, sehr hoch. Wir sehen Dollar super stark. Der Euro dürfte heute seinen größten Fall seit Juli erleben. Und der Yen deutlich über 152 gestiegen. Das wird auch die japanische Notenbank nervös machen, die möglicherweise an den Devisenmärkten intervenieren muss. Wenn wir nochmal nach Deutschland kommen, dann sehen wir, warum fällt der Euro? Oh, naja, weil die EZB wird nicht anders können, als die Zinsen zu senken, weil hier die Wirtschaft richtig schwach ist. Und das sehen wir auch beim Institut für Wirtschaft in Halle, für Wirtschaftsforschung Halle, die ja die Zahl der Firmenpleiten respektive Insolvenztrends ermitteln. Höchster Stand ever gab es noch nie. Man hofft, dass das Ganze bald jedoch abflauen wird. Aber auf jeden Fall Insolvenzen en masse. Heute ZF, Schaeffler, Bosch, alle Streichen stellen, Schweinfurt bangt um seine Zukunft. Also jetzt kommt so langsam diese Geschichte auch am Arbeitsmarkt an. Wenn dann Firmen pleite gehen, dann werden Leute freigesetzt. Und so wird die EZB eben wahrscheinlich schon anfangen müssen, die Zinsen zu senken, während die FED es schlicht nicht kann. Weswegen der Euro, naja, sportlich bewertet ist derzeit, würde ich mal vermuten. Die FED muss die Zinssenkungen verschieben. Was sagen die Experten dazu? Also nicht so ohne wie ich, Gelder aus dem hohlen Bauch hier referiert, sondern die Experten. Was sagen die? Erste Empfehlung, wenn Sie diesen Artikel gut finden, weiterempfehlen bitte über Social Media. Und die zweite Empfehlung, was macht jetzt eigentlich Gold? Ist zunächst auch mal gefallen auf die Inflationsdaten, hat sich dann aber wieder erholt. Was wird da passieren? Die Mega Rally ist nicht vorbei. Das sagen andere Experten, nämlich Fondsmanager. Also diese beiden Artikel möchte ich Ihnen empfehlen und sage jetzt Servus. Ciao.